Hallo, grüß dich. Zum Warnhof, bitte. Ja, genau, richtig. So wie man es schreibt, so heiße ich auch. Das ist ein türkischer Name. Ich bin ein gebürtiger Deggendorfer. Meine Eltern kamen damals in den 60er-Jahren nach Deggendorf durch die Textilwerke. Ja, ich bin halt mit zwei Kulturen aufgewachsen und ich habe das rausgefiltert, was für mein Leben hier wichtig ist. Ja, ich fahre einmal in der Woche Taxi als Nebenjob in der Nacht und ja, es ist auch wieder der Kontakt zu den verschiedenen Menschen. Und hauptberuflich, was machst du da? Mittlerweile bin ich seit über 23 Jahren in der BMW in Deggendorfing, bin als Vorarbeiter tätig. Wir haben heute das internationale Grillfestival von Sucuk bis Bratwurst. Das haben wir als Netzwerk organisiert. Es sind verschiedene Vereine vor Ort. Es ist ein Fest für das Miteinander der Kultur und Miteinander der Menschen. Das hat einfach nicht aus Langeweile begonnen, sondern ich habe eine Ausgrenzung damals gespürt. Bin ich zum damaligen Oberbürgermeister ins alte Rathaus reingegangen und habe gesagt, ja, Herr Oberbürgermeister, wir bekommen als Ausländer keine Wohnung. Dann hat er mir gesagt, okay, er unterstützt mich und wir haben nach einer Woche Wohnungen an Mass gehabt. Und das hat mich so erfreut. Da habe ich gespürt, wie es ist, jemandem zu helfen. Und da habe ich das selber gespürt und dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt werde ich auch was machen für die Menschen, die Hilfe brauchen. Und mittlerweile sind es über 27 Jahre, wo ich mich ehrenamtlich engagiere. Ich lese ein Mal. Vielen Dank.